In einer Zeit voller Dunkelheit. Als das Böse regierte. Und die Welt einen Helden brauchte. Kam Ash. Groovy. Deine Schnürsenkel sind offen. Ash kam aus dem 20. Jahrhundert. Für diese Arroganz. Und landete im Mittelalter. Weltlich totsehend. Okay, ihr stumpfsinnigen Blechköpfe. Seht ihr das hier? Das ist mein Zauberstab. Und jetzt reden wir darüber, wie ich wieder nach Hause gehe. Von einem magischen Buch verwunschen. Es beinhaltet Wissen, das es dir ermöglicht, in deiner Zeit zurückzukehren. Von einem weisen Mann vorhergesagt. Du musst folgende Worte sprechen. Platu, Berater, Nektu. Ja, ich weiß, ich weiß. War er ein Wunder an Intelligenz. Platu, Berater. Die Worte waren falsch. Du hast die Armee der Finsternis erledigt. Jetzt hat er eine Verabredung. Schau mir in die Augen, Kleines. Schirra! Mit der Armee der Finsternis. Mein Pfand ist du mich schön. Honey, du hast den Steig nachgelassen. Lass die Fanfaren ertönen. Holt die Zugbrücke ein. Und vergesst die Cadillacs. Von Kultregisseur Sam Raimi. Nach Tanz der Teufel. Jetzt die Armee der Finsternis. Sie leben. Sie atmen. Sie nerven. Die Armee der Finsternis.